Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar mit dem One Piece Kapitel Review zu One Piece Kapitel 966 mit dem Titel Roger und Whitebeard. Und endlich, das worauf wir schon so viele Jahre warten, der Kampf zwischen diesen zwei Giganten steht endlich an. Und weil wir jetzt so lange gewartet haben, können wir noch einen kleinen Moment länger warten, deswegen erstmal Intro ab. Auf der Coverpage sehen wir Chiffon wie sie beim Friseur sitzt, plötzlich kommen drei Dudes hinein und wollen sie wohl festnehmen. Zumindest haben sie einen Steckbrief von Capone in der Hand, irgendwie scheinen sie wohl auf der Suche nach ihm zu sein. Das Problem an der ganzen Sache ist, wer sind diese Leute? Die englische Übersetzung sagt nämlich es handelt sich hierbei um Piraten. Die deutsche Übersetzung sagt aber es sind Marinesoldaten. Wenn wir uns die drei genauer ansehen, sehen wir, dass die drei auf jeden Fall Klamotten anhaben, auf denen das Marinesymbol drauf ist. Deswegen ist jetzt die Sache, welche Übersetzung stimmt jetzt hierbei? Sind es Piraten, die sie einfach nur als Marinesoldaten verkleiden? Oder sind es Marinesoldaten, die halt einfach ein bisschen bösartiger aussehen? Auf jeden Fall fängt jetzt das Kapitel direkt mal spannend an und zwar rennt Oden straight auf die Roger Piraten zu, besiegt einiges an Vorder was da rumläuft, doch plötzlich stellen sich ihm Rayleigh und Skoppa Gabarn in den Weg. Rayleigh zückt sein Schwert, Skoppa Gabarn, seine zwei Äxte und ich muss sagen er wirkt ziemlich Wikinger-like. Also auf jeden Fall ist er wirklich mega genial der Dude. Das Problem an der Sache ist einfach nur, es kommt leider nicht zum Kampf von den Dreien, hätte ich sehr, 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 sehr gerne gesehen. Denn plötzlich kommt Roger um die Ecke und sagt, hey ihr zwei, ich will nicht, dass ihr verletzt werdet, ich kämpfe gegen ihn, ist schon alles in Ordnung. Ja, Roger ist wirklich ein gerissener Dude. Er möchte so gerne gegen Oden kämpfen, deswegen lässt er sich von niemanden aufhalten. Auf jeden Fall springt er auch auf Oden zu, macht einen Slash mit seinem Schwert und mit nur einem einzigen Hieb schickt er Oden direkt mal ab in einen Berg. Und daran sehen wir einfach mal, wie stark Roger eigentlich ist. Auch Oden sagt, Roger hätte wohl die Aura einer Bestie. Naja, jetzt wo Oden erstmal beiseite ist, kommt auch Whitebeard angeflogen, direkt mit seinem Naginata runter zu Roger. Beide Waffen haben das Haki um sich herum gewirbelt und einfach nur episch diese Szene. Die zwei Waffen, Rogers Schwert und Whitebeards Naginata treffen nicht mal aufeinander. Aber weil deren Haki so extrem stark ist, gibt es so eine Luftverwirbelung, dass es alle Leute drumherum einfach nur aus den Socken haut und die alle reihenweise einfach nur umfliegen. Und das zeigt einfach mal, wie stark die beiden waren. Und wir haben hiermit die Theorie bestätigt, dass im Grunde Roger zumindest damals, wo er krank war, wir wissen ja nicht, ob es ihn in irgendeiner Form körperlich beeinflusst, und Whitebeard in seiner Prime-Zeit wirklich im Grunde gleich stark waren. Das Interessante an der Sache ist, wir sehen kein einziges Panel, wo Whitebeard auch mal seine Gura-Gura-Nomi benutzt. Hatte er sie damals noch gar nicht? Naja, ich denke eigentlich eher schon, er würde sie einfach nur nicht benutzt haben, weil sonst wäre wahrscheinlich die ganze Insel Fujikato gewesen. Ähm, auf jeden Fall sprechen die beiden am Ende miteinander und sagen so, ach, es ist schon lange Jahre her. Ja, da hast du recht. Die sprechen wohl auf den God-Valley-Vorfall an. Und hier ist die Frage, war Whitebeard damals auch schon so stark oder war er damals noch deutlich schwächer? Denn immerhin hat Roger zusammen mit seiner Bande, Garb und ein paar Marine-Soldaten die komplette Crew von Rocks auseinandergenommen. Da waren Leute noch dabei wie Whitebeard, wie Kaido, wie Big Mom oder wie The Rocks, die Sebek. Das lässt wirklich diese Vermutung nahe, dass Roger wahrscheinlich damals, wo er noch nicht krank war, noch mal ein ganzes Stückchen stärker war. Naja, auf jeden Fall, jetzt wo die zwei Kapitäne gegeneinander kämpfen, lässt sich auch die Crews nicht mehr aufhalten, weswegen die zwei aneinander stürzen. Der Kampf geht drei Tage, drei Nächte, leider sehen wir davon absolut gar nichts. Das war so ein bisschen enttäuschend in diesem Kapitel, wir sehen kein bisschen Clash außer zwischen Roger, Whitebeard und Roger und Oden. Naja gut, man kann nicht alles haben. Auf jeden Fall dann am vierten Tag hat sich alles beruhigt. Die Kämpfe sind vorbei, die Roger Piraten, die Whitebeard Piraten, sie feiern zusammen, sie trinken zusammen, sie tauschen sich gegenseitig Sachen aus. Und alles scheint ganz entspannt zu sein. Die Szene switcht danach rüber in die Kinderkrabbelgruppe. Wir sehen auf der einen Seite Shanks und Buggy und auf der anderen Seite sehen wir Marco, Josu und Blackbeard. Alle haben so ein paar Wunden abbekommen, also haben sie wohl auch ordentlich mitgefightet. Und dann wirft Buggy etwas extrem interessantes in den Raum. Und zwar sagt er, hey da, dieser Blackbeard-Dude, der da drüben, der da steht. Der hat die ganzen drei Tage und drei Nächte nicht geschlafen. Es geht das Gerücht um, dass er wohl anscheinend noch nie geschlafen hat. Und das ist wirklich sehr interessant, denn wieso sollte ein Blackbeard niemals schlafen? Ich könnte mir hierbei mehrere Szenarien vorstellen. Entweder kann er einfach nicht schlafen, weil er irgendwas Schlimmes erlebt hat und deswegen immer Albträume hat. Aber eine andere, etwas interessantere Variante wäre, dass irgendwas in seinem Körper ist. Wir wissen ja, sein Körper ist etwas abnormal, er kann mehrere Teufelsfrüchte in sich haben und es gibt ja diese Theorien, dass er irgendwie einen toten Fötus in sich hat oder eine zweite Seele oder so. Und deswegen mehrere Teufelsfrüchte verspeisen kann. Was ist, wenn das wirklich so ist mit dieser Seele? Und wenn er schlafen würde, würde die Seele seinen Körper übernehmen. So ähnlich wie das bei Carvendish und auch Hakuba so ist. Ganz interessant, ha? Die Szene switcht wieder mal und wir sehen Roger, Whitebit und Oden, wie sie sich unterhalten. Roger hat eine Kopie von einem Pornoglyph in der Hand und Oden sagt, dass er das lesen könne. Oden erklärt, dass das Entschlüsseln dieser Codes von Generation zu Generation im Kozuki-Clan immer an den Erstgeborenen weitergegeben wurde. Roger sagt dann, er hat diese Kopie vor 13 Jahren gemacht. Die Roger Piraten sind auf die letzte Insel gekommen, die man mit dem Logpost erreichen kann. Doch sie ist tatsächlich nicht die allerletzte Insel. Interessant ist anscheinend, wenn man diese Route entlang geht, durch die Grand Line, durch die neue Welt, kommt man an eine Insel. Diese Insel nennt sich Roadstar. Und dort entdeckt man die Geheimnisse der Pornoglyph und da ist wohl irgendwie verschlüsselt irgendeine Nachricht mit drin, dass da möglicherweise sein könnte, dass es dann nochmal eine Insel gibt, die man mit dem Logpost aber nicht erreichen kann. Denn sobald man auf Roadstar landet, dreht der Logpost einfach nur durch. Er findet keinen Kurs mehr, er findet keine andere Insel mehr. Das könnte mehrere Ursachen haben. Entweder ist das Magnetfeld dort so stark, dass der Logpost einfach durchdreht oder die andere letzte Insel, Laugh Tale, wir wissen ja mittlerweile wie sie heißt, hat irgendwie ein sehr komisches Magnetfeld um sich oder halt kein wirkliches Magnetfeld. Es könnte aber auch sein, dass es sich dabei um eine Himmelsinsel handelt. Dadurch, dass der Logpost ja nichts an sich richtig gut nach oben zeigen kann, dreht sie halt auch wieder durch. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Naja, doch Roger ist sich auf jeden Fall sicher, dass es eben nicht die letzte Insel ist, die es zu entdecken gibt, dieses Roadstar, sondern dass da noch eine Insel mehr sein muss. Und es gibt vier Pornoglyphe, die wir ja mittlerweile als Roadpornoglyphe kennen, die wohl alle Hinweise auf einzelne Inseln geben. Und wenn man diese Punkte miteinander verbindet, kommt man zur letzten Insel, Laugh Tale. Roger möchte sich unbedingt Oden für ein Jahr ausleihen. Roger beugt sich sogar vor Oden und Whitebeard. Und Whitebeard ist daraufhin ziemlich angepisst. Doch Oden sagt, er möchte wirklich sehr, sehr gerne mitgehen. Iso bleibt aber komischerweise bei Whitebeard. Und hier verstehe ich diese ganze Decision-Making nicht so ganz. Wieso bleibt er denn bei Whitebeard? Warum geht er nicht mit? Ich meine, er wollte die ganze Zeit Oden beschützen, ist ins Meer hinterhergesprungen, etc. pp. Und jetzt bleibt er halt einfach bei Whitebeard. Na gut. Zumindest Nekomamushi und Inuarashi schleichen sich auf Schiff der Roger Piratenbande. So gehen die nämlich auch mit auf Abenteuerfahrt. Und die Roger Piraten setzen Segel. Eine der ersten Inseln, die wir sehen, die sie ansteuern, ist die Himmelsinsel Skypia. Dort finden sie auch die Himmelsglocke von Shandora. Oden sagt, dort ist etwas über die Waffe Poseidon geschrieben. Wir wissen ja mittlerweile, hierbei handelt es sich um Shira Hoshi. Roger lässt auf jeden Fall seinen Spruch von Oden in das Porno Glüh meißeln. Und das war es dann letzten Endes auch schon mit dem Kapitel. Ich muss sagen, ich finde das Ganze sehr interessant. Wir werden wahrscheinlich auch noch deutlich mehr von dir in Abenteuerreisen von Oden und Roger sehen. Möglicherweise sehen wir sogar die letzte Insel Roadstar oder Laugh Tale. Wir wissen es noch nicht genau. Auf jeden Fall wird es noch sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt und extrem gehypt momentan mit diesem Flashback. Es ist einfach so mega geil. Ich will Wano Kuni gar nicht weiter sehen. Ich möchte noch mehr von diesem Flashback sehen. Hoffentlich gibt es irgendwann mal ein One Piece Spin-Off, wo wir die Roger Piratenbande sehen und sie begleiten dürfen auf die Reise, die sie vorher gemacht haben, bevor Ruffy und Co. überhaupt geboren waren. Was haltet ihr von diesem Kapitel? Schreibt mir eure Meinung doch einmal unten in die Kommentare. Seid gespannt, denn die nächsten Tage werden noch einige interessante Videos kommen. Wenn ihr dieses Video hier aber mochtet, drückt einmal auf den Like-Button, einfach um mir zu helfen. Teilt das Video natürlich auch und klickt auf den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und ciao!